einen wunderschönen guten morgen zusammen und herzlich willkommen in der neuen handelswoche hier heute am montag den 6 august nach einem hier bei uns zu hause zumindest wunderbaren sommerwochenende ludger schönen guten morgen hier an dieser stelle auch allen anderen live zuschauern guten morgen und wenn sie lust haben dann legen sie ruhig los hier im chat ich gerne ich gehe gerne auch auf das ein oder andere wunschpaar hier in den charts mit ein natürlich auch bei den indizes und den rohstoffen das darf natürlich nicht vergessen werden okay dann ja vorab natürlich wie immer der wichtige risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren damit wäre dem risikohinweis schuldigkeit getan und wir können loslegen hier mit den heutigen handelsideen sie sehen jetzt hier schon die tagesnachrichten aber vorab gibt es natürlich noch den kleinen ausblick ich weiß nicht ob sie schon alle den blog gelesen haben wenn sie den noch nicht gelesen haben gegen 8 uhr aller spätestens ist er immer online auf der website von tickmüll ich zeige ihnen das gleich mal hier an dieser stelle gehen sie ruhig einfach wenn sie mögen auf die website von tickmüll ich skaliere das hier mal noch ein bisschen größer dass sie etwas mehr sehen hier finden sie alles was sie hier über über das trading bei tickmüll auch wissen müssen die währungsparadies spreads alles was interessant ist und natürlich hier oben auch unseren blog und im blog stehen dann immer dann wenn ich eine veröffentlichung mache hier die handelsideen für den aktuellen tag da klicken sie einfach drauf auf das obere datum und dann sehen sie hier heute geht es um das silber euro britisches fund und euro us dollar also alles hier auf in oder auf einem blog eintrag in einem großen beschreibungstext für sie zusammengestellt und gibt es dann nach unten entsprechend das video das video für den heutigen tag sehen sie natürlich erst dann wenn das webinar zu ende ist an dieser stelle gut damit hier mit in den blick zu den tagesnachrichten was gibt es heute beziehungsweise was gab es gut es gab heute morgen um 7.30 von investing.com die wichtigen indizes die haben immer den gold index den s&p 500 index und den euro us dollar index und sie sehen hier beispielsweise im euro us dollar abnehmende werte das das ist ein zeichen dafür dass der euro hier sinkt beziehungsweise der us dollar an stärke gewinnt beim gold sehen wir hier keine wahnsinnig große veränderung das sieht man dann entsprechend auch in den charts was interessant war ist hier um 8 uhr der auftragseingang in der industrie in der eurozone wir hatten eine prognose von einem rückgang von 0,3 prozent jetzt haben wir aktuellen rückwärts rückgang von vier prozent ich bin mal gespannt was die märkte heute im laufe des tages hier aus diesen ja vorgaben entsprechend dieser seite her auch machen viel mehr an wichtigen nachrichten gibt es hier heute nicht sie sehen es keine drei da nur ein paar zweien und ein paar einsen aber die haben jetzt sozusagen hier nicht ganz so hohe relevanzen eventuell noch der einkaufsmanager index aus der eurozone der wird um 10 uhr 10 entsprechend veröffentlicht ich sehe gerade die elena ist auch hier im chat mit dabei elena schönen guten morgen und auch dir einen happy montag immer die sonne im herzen gut also dann direkt in die charts hinein würde ich sagen verlieren wir nicht so viel zeit an dieser stelle sondern blicken direkt hier rein ich bin mal gerade eben neugierig ich habe es vorhin noch gar nicht geschafft zu checken was der dax gemacht hat nach diesen doch starken rückgang der zahlen hier in die ja in der eurozone gucken wir mal direkt in den chart noch rein bevor wir in den euro gehen ich will sehen hoppala na das ist doch mal ein start hier wupp ging es direkt nach unten mit der nachricht gucken wir uns das ganze mal auf tagesbasis an ja gut es ist momentan rot ganz klar nach den nachrichten habe ich nichts anderes erwartet aber es ist schon interessant zu sehen wenn man mal sieht wie schnell der markt entsprechend auch reagiert gucken sie mal hier den stundenchart an zack ging es nach unten und alles ist erledigt gewesen mal kurz gucken wie schnell das ging ja hier hier kamen die nachrichten dann zack hups war es weg das sind die dinge die impacts die um nachrichten drumherum kommen und das ist das wo man halt immer drauf schauen sollte wann kommen nachrichten weil da können natürlich sehr sehr starke bewegungen entsprechend auch mit kommen gut dann würde ich sagen machen wir uns doch gleich ins erste währungspaar nö nicht währungspaar wir fangen mit rohstoff heute an silber steht zuerst auf der uhr und zwar heute mal ausnahmsweise hier im wochenchart warum im wochenchart das welchen gleich zeigen und zwar einfach aufgrund der tatsache dass wir hier im 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 tageschart schon sehr sehr weit runtergelaufen ist wir gucken uns den tageschart auch gleich an weil man kann hier in der woche in diesem starken abwärtsschub auch extrem gut den trend der woche sehen aber um das ganze besser zu verdeutlichen gucken wir uns den wochenchart im ende gleich auch noch mal an bevor wir das aber tun möchte ich hier im wochenchart auf die wichtigen punkte eingehen die hier interessant sind was ist interessant schauen sie mal hier wir sind hier mittlerweile in diesem bereich um die 15 20 wieder angekommen das hier nach unten bitte nicht davon verändern lassen ich habe auch kurz mit dem kopf geschüttelt als ich das gesehen habe weil die chartanalyse hier in meinem research habe ich über die futures gemacht das ist jetzt nicht weiter tragisch das kann man machen über was man möchte habe ich hatte nur gestern morgen habe ich wo ich das ganze hier vorbereitet habe entspannt auf dem balkon gesessen und mit meinem handy der technik sei dank die marktvorbereitung gemacht und da hatte ich halt nur die futures da und da ist mir das ins auge gestochen und das hier ist einfach ein spike liquidität spike oder wie auch immer was hier passiert ist kann ich ihnen nicht so genau sagen im future markt hat man das halt nicht gesehen von der seite her ist das jetzt in diesem chart halt drinnen aber es spielt keine große rolle die 15 20 sind ein bereich wo wir hier hinten sie sehen es erst mal hier vorne schon mal den abprall nach oben geprobt haben und dann sind wir jetzt wieder ein paar mal rein gelaufen immer wieder ist der markt stück weit nach oben gelaufen nicht mehr so dynamisch wie das hier der fall gewesen ist das zeigt uns immer mehr den verkaufsdruck von dieser seite aber nichtsdestotrotz es ist trotzdem eine marke wo wir halt immer wieder mal ein stückchen weit abgesprungen sind wenn es jetzt hier auf kurzfristige art und weise wieder zu einem abprall kommen könnten dann dürfen wir hier auf alle fälle erst einmal die ziele nicht zu weit weg liegen für das trading weil wenn wir jetzt hier long traden eine abprallstrategie traden treten wir gegen den übergeordneten trend und das könnte manchmal etwas gefährlich werden deshalb die ziele nicht zu weit weg ich habe das hier für sie mal rausgesucht hier die die hochs der 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 vorwoche also hier um den bereich von 15 62 da haben wir hier zwei hochs liegen wir haben einmal hier das hoch von der letzten woche das lag wir schauen mal kurz nach bei 15,608 und hier die woche davor also vor zwei wochen sozusagen da hatten wir das hoch bei 15 66 15 67 das sind mal die nächsten hoch die hier anzulaufen sind wenn es dann doch noch ein deutlich weitergehen könnte hier das wochen hoch in dieser woche hier und das hatten wir gehabt bei 15 87 hier in diesem bereich ist diese drei dinge könnten für den für den für den aufwärtsbereich mal mit ins visier genommen werden ob es überhaupt so weit kommt so weit hoch läuft das muss der markt dann zeigen aber wir werden sehen auf alle fälle hier auf der oberseite sind mal diese marken interessant und zwar dann interessant falls wir hier einen abprall von dieser marke um die 15 20 bekommen bekommen wir diesen abprall nicht dann sehen sie schon hier hinten im chart dass hier nicht weit entfernt abwärts gerichtet ebenfalls ein paar anlaufpunkte liegen haben hier in dem tiefbereich um die 14 83 beziehungsweise hier drüben um die 14 61 das sind mal marken die sind hier aus diesem trendverlauf entstanden das waren so korrektortiefs in diesem trendverlauf und die stehen jetzt natürlich hier auch wieder zur agenda wenn es doch noch weiter deutlich kommt steht die nächste unterstützung dann um 13 74 hier an dieser stelle in diesem chart ersichtlich also das mal aus dem wochen chart heraus und jetzt können wir mal so ein bisschen feintuning betreiben indem wir mal in den tageschart hineinschauen und da sehen sie ich muss das jetzt hier an dieser stelle mal kurz etwas kleiner skalieren dass es endlich etwas besser sehen hier schauen sie mal das ist der aktuelle bewegungs trend also das ist bewegungs trend hin oder her im tag das ist jetzt der aktuelle trend es gibt ja immer verschiedene trendgrößen die ineinander fließen und von der seite her von der warte her gesehen besteht so ein großer trend ja immer aus bewegungen korrekturen und diese unter trends können dann halt auch diese unter bewegungen also die bewegung oder die korrektur die können auch trendförmig ablaufen und hier haben halt mal den fall dass das ganze trendförmig abläuft und hier sehen wir in der woche schon sehr schön diesen abwärts gerichteten markt hier an dieser stelle und wenn sich das ganze hier entsprechend fortsetzt dann ist das halt hier um die 15 dollar 20 marke ein bereich wo wir hier den test erweisen können dass der markt wieder abspringt oder wir laufen halt runter dass wir druck von oben bekommen das können wir sehr sehr schön erkennen an diesen kerzen die wir hier haben schauen sie mal hier gab es immer dann wenn wir hier oben reingelaufen sind gab es immer diesen starken abverkauf das heißt man kann sich hier als trader auch sehr sehr gut eine 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 trendlinie nach unten zeichnen mal ganz grob hier dass man sieht aha hier kommt druck und jetzt sehen sie mal hier hat sich untergeordnet also innerhalb von diesem trend hier hat sich hier untergeordnet noch ein kleinerer trend entwickelt der jetzt abwärts läuft und schauen sie mal die heutige tageskerze ist auch schon mal oben wieder ein stück weit hochgelaufen und wird auch abverkauft das ist so ein bisschen der druck der hier nach unten entsteht und wenn dieser sich auf der unterseite entlädt dann haben wir natürlich die ziele die wir auf der unterseite gerade gesehen in greifbarer nähe ansonsten sollte es zu stärke kommen wie schon gesagt ich hatte ja im im wochenchart gezeigt die anlaufpunkte hier nicht zu weit wählen wenn wir hier nach oben raus stupsen dann wäre hier auf alle fälle mal das tages hoch vom freitag an im anlauf zu sehen um die 15 55 dann hier die marke von 15 62 das tages hoch hier das nächste tages hoch bei 15 bei 15 ja doch 15 67 sind es hier die zum anlaufpunkt man nimmt fürs kurzfristige training wenn dann noch ein stück weit mehr kommt hier oben rein in diesem bereich um die 15 87 das sind also die nächsten anlaufpunkte auf der oberseite wenn etwas weiterer korrektur hier kommen sollte ansonsten wie schon gesagt die unterseite ist hier wie sie ist die ist definitiv schon im chart auch ja bemessen da müssen wir jetzt nicht darauf eingehen das wette für den tagesschart hier etwas zu viel für diejenigen die freude daran haben ganz gerne dass auch im kleineren chart einheiten zeiteinheiten traden hier die stunde schauen sie bewegung korrektur jetzt haben wir abwärts gerichtete bewegung hier unten entsteht in der stunde der entsprechende abwärtstrend der dann auch nach unten gerichtet ist das ist noch ein stück weit runter wie cent haben wir noch fünf cent nach unten dann stehen wir da oder aber wenn es ganz klein werden soll hier weil wir haben ja schon erst die erste abwärts dynamik da in den noch kleineren zeiteinheiten hier zum beispiel in den 15 minuten da sehen sie ja schon dass hier ein kleiner aufwärtstrend gewesen ist innerhalb der korrektur jetzt läuft sie so seitwärts runter weit in der bewegung vielleicht auf ein bisschen korrektur warten und dann wieder wenn der markt nach unten tritt dann reingehen ansonsten würden sie halt in relativ weit gelaufene bewegung reinfassen da ist es manchmal aus edukativer sicht her mal ein kleiner hinweis es ist halt manchmal wenn man in weite bewegung reinfasst und in den kleineren zeiteinheiten unterwegs sein möchte dann ist die bewegung halt schon so weit gelaufen und das ist immer etwas ungünstig in diesem bereich also hier immer es muss alles zur strategie passen das was wir ihnen zeigen sind ins die entschuldigen sie jetzt habe ich den knoten in der zunge das sind sozusagen meine individuellen betrachtungsweisen auf den chart um sie einfach hinzuweisen was ist denn hier gerade los und darauf können sie natürlich hier ganz klar ihre eigenen handelstrategien auch traden theo lindner einen schönen guten morgen hier im webinar wenn sie mögen und einen wunsch hat haben gerne einfach hier im chat mit rein geben gut gehen wir zum nächsten chart und das ist jetzt das währungspaar euro und britischer fund den gucken wir uns natürlich hier im tag erst einmal an den euro-britischen fund soll kleinen augenblick jetzt muss ich ihn schnell suchen hier ist er zack da haben wir ihn euro-britischer fund auch hier muss ich ganz am anfang erstmal ein bisschen kleiner skalieren damit wir sehen was hier los ist also was wir hier oben haben ist ja definitiv erst einmal ein markt der wir sehen es hier immer wieder schön aufwärtsgerichtet läuft wir hatten hier eine schöne letzte bewegung nach oben und diese bewegung die wir nach oben hatten ist gerade innerhalb einer korrektur ja sie sehen es auch hier der markt ich sag mal so wenn man sehen will er läuft halt schon seit einer halben ewigkeit hier unten irgendwo tingelt herum seitwärts so richtig schub mag hier nach oben oder unten nicht aufkommen aber wir haben halt trotzdem genug raum um zwischen diesem seitwärts hin und her laufen immer wieder zu traden und wir haben halt hier schön diesen aufwärts gerichteten trend jetzt hier der in seiner korrektur ist das ist halt schön und was in dieser korrektur interessant ist hier dieses korrekturmuster was sich bildet wir haben die unterseite gehabt um die marke von 1887 33 das ist mal so über den daumen die unterkante und hier diese stark abfallende oberseite und wenn so ein dreieck in einem aufwärtstrend auf läuft also in entstehung ist sozusagen dann ist das in der regel also diese dreiecke treten in der regel auch in aufwärtstrends auf das ist dann entsprechend das korrekturmuster während der korrektur sehen wir halt dass von oben her die käufer die die verkäufer immer immer früher rankommen aber hier unten an dieser stelle da kommt einfach kein verkaufsdruck mehr auf da will einfach keiner mehr verkaufen das ist so ein bisschen so ein zeichen dafür dass da ein ein boden sich sozusagen ausbildet der auch tragfähig ist und irgendwann läuft das ganze halt so eng zusammen dass der markt dann ausbricht in der regel auch hier über die oberseite und das ist das was ich jetzt hier entsprechend interessant finde bei diesem bild durch dieses immer weiter aneinander zusammenlaufen können wir halt hier irgendwann die dynamik nach oben bekommen wenn die kommt dann haben wir hier natürlich die ersten tageshochs liegen die wir anlaufen können hier ich mache das mal ganz kurz etwas größer hier dass wir das besser sehen können hier diese tageshochs an dieser stelle um die 0 89 255 und hier 0 89 37 diese tageshoch sie haben wir noch das tageshoch entsprechend vom freitag liegen um die marke von 0 89 195 also das wäre mal hier auf der oberseite interessant zu sehen was er hier macht schön wäre es wenn er nach oben ausbricht und wenn er das tut dann haben wir hier oben natürlich ein stück weit auch zu zu verdienen das heißt hier oben wenn sich dieser trend den wir hier haben nach oben hin fortsetzt haben erst mal den ersten anlaufpunkt bei 0 89 577 zwischendrin halt natürlich die tageshochs das ist immer schön zu sehen wenn der markt dort hin läuft und wenn dieser markt dann dynamisch noch weiter hoch laufen sollte dann wäre der nächste anlaufpunkt hier oben die 0 89 76 entschuldigen sie 0 89 679 so rum und dann hier im weiteren bereich natürlich hinten noch ein paar anlaufpunkte die nicht in extremer entfernung liegen also wenn ihr dynamik aufkommt haben wir schön potenzial auf der oberseite ansonsten wenn wir doch nach unten testen sollten sie sehen es auch hier haben wir ein paar tagestiefs um die 0 88 645 und 0 88 542 liegen das sind mal hier diese tagestiefs die wir entsprechend mit dem peak unter die linie gehabt haben das kann bei diesen dreiecken auch immer mal passieren oder generell bei chartmustern das einfach mal eine kerze oder zwei gersten einfach raus piksen und dann wieder zurücklaufen das ist ein normales prozedere übrigens die korrektur von diesem trend hier also diesen schub nach oben die könnte bis hier runter auf die 0 88 165 laufen das heißt wenn wir hier nach unten laufen dann hat dieses dreieck als korrekturmuster auch überhaupt keine relevanz mehr das hat sich dann erledigt und dann haben wir halt auf der unterseite hier die anlaufpunkte beziehungsweise die unterstützung hier in diesem bereich auch drinnen liegen das zum währungspaar dem euro britischen fund und dann schauen wir hier final bei den vorbereiteten charts noch auf den euro us dollar hier ein markt der auch wieder schön abwärts gerichtet ist und im großen bild sie sehen es auch hier mittlerweile in zonen reinläuft beziehungsweise drunter gelaufen ist die schon das ein oder andere mal als unterstützung geld gegolten haben das heißt hier die 15 76 2 die habe ich mal so in blau markiert für sie das war ein bereich wo die märkte immer mal so ein bisschen hin und her gesprungen sind sie sehen auch hier da ist er schon drunter gelaufen hat hier auch einen unterstützungsbereich um die 15 1 15 223 gebildet und hier diese 1 15 76 2 das ist so ein drehpunkt so ein drehbereich gewesen wo die preise immer mal so hin und her geschwankt sind da sind wir jetzt wieder drin bleibt der markt hier unten drunter ja dann wäre das das zeichen dass wir hier stück für stück nach unten laufen nächster anlaufpunkt wäre dann tatsächlich wieder dieses support hier um die 15 223 sollte das ganze nicht halten dann können wir hier aus der älteren chartistorie leichter anlaufpunkt deswegen hier drüben war mal ein ausbruchslevel auf hohe kurse bei 14 1 14 8 5 6 und etwas tiefer hier das gleiche noch einmal bei 1 14 4 5 1 mal als planung für den sage ich mal ausbruch hier auf dieser seite nach unten kommt es jedoch wieder mal zu einem ja abprall und der markt steigt etwas an dann haben wir hier ein paar tageshochs liegen und zwar bei 1 16 1 09 und 1 16 6 was haben wir da liegen 6 9 also hier diese bereiche sind auf der oberseite einmal da wenn es zum abprall kommt für den abprall aber gibt es noch überhaupt keine anzeichen sie sehen es der markt läuft hier nach unten wenn wir uns den stundenchat einmal anschauen wir haben ja weiter schön die dynamik von oben nach unten der markt wollte hier wirklich gar nicht weiter nach oben er ist gleich direkt wieder weiter runter gegangen und heute morgen läuft er auch weiter mit nach unten also das sind alles anzeichen dafür das erste mal kaufdruck forscht aber auch hier sehen sie halt eine marke schauen sie sich wenn sie sich diesen chart mal angucken da springt gleich dieser bereich hier oben ins auge wo wir einfach immer wieder angelaufen sind und dann wieder runter zu laufen das wäre natürlich hier wenn wir ein abprall bekommen könnte der markt ohne weiteres auch mal wieder bis da hochlaufen deswegen habe ich hier diese marken auch mal eingezeichnet hier die ich in rot gemacht habe die kommen ja nicht von ungefähr die kommen halt aus diesen trend verläufen auch mit her hier wäre noch einer zwischendrin bei der 1 63 was haben wir 1 16 315 so rum hier in diesem bereich als anlaufpunkt nach oben also diese trend hochs die wir hier gehabt haben wir haben ja sehr schön diesen bewegungstrend der ist schon mal hier kurz angelupft wurden und dann lief der markt wieder runter also sie sehen die volatilitäten die sind halt auch groß da also das sind alles dinge die muss man als händler immer auch ein bisschen mit dem blick haben uns für die eigene handelsstrategie mit anpassen aber wie schon gesagt im tagesbereich wäre hier der markt auf alle fälle auf der abwärtsseite zu sehen es sei denn es gibt einen abbrauch ein abbruch nein einen abprall von dieser linie dann natürlich hier schön das ganze nach oben zu laufen illima einen wunderbaren guten morgen und auch dir einen schönen start in die neue handelswoche und damit bin ich mit den besprochenen titeln die ich auch im blog eintrag für sie heute vorbereitet habe fertig ich schaue noch mal in den chart in den chat hinein fragen sehe ich jetzt aktuell an dieser stelle nicht bleibt mir hier nur einen wunderschönen start in die neue woche zu wünschen gute trades auf alle fälle ich bin jetzt mal ein paar tage im urlaub wir sehen uns dann ab dem 27 august das ist ein montag da sehen wir uns hier wieder dann komme ich wieder mit ein paar interessanten handelsideen hier direkt auch auf sie zu die besprechen wir natürlich auch wieder ab 8.30 Uhr oder um 8.30 Uhr live auf diesem kanal bis dahin wünsche ich ihnen eine tolle zeit sehr sehr gute trades erfolgreiches trading bleiben sie gesund genießen sie auch ein bisschen das leben und ja wir sehen uns dann in august bis dahin eine gute zeit ihr mike seidel oder euer mike seidel bye bye